hallo hallo jetzt gibt es bäm 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 games trailer wir sind zwei piranhas also völlig wild hype so hoffentlich das sollen games trailer erzeugen so ein gefühl der euphorie so baller baller oder hast du den eigentlich schon gesehen hast du den schon gesehen ja wegen denn muss ihr unbedingt angucken muss ja um den angucken da zeigen sie sowieso nur cgi und also wir haben weniger als 100 leute gefragt sag mal welche art von trailer spricht dich am meisten an bzw was muss ein trailer alles haben und die haben folgendes gesagt ich bin sehr empfänglich für musik tatsächlich also wenn ein trailer gute knackige musik hat in irgendeiner art und weise die mich nimmt mitnimmt dann bin ich da immer sofort mit dabei oder auch humor ist meine sehr sehr komponente wo ich sehr empfänglich auszüge von gameplay finde ich super wenn es einfach nur fiktiv ist finde ich cool aber wenn man weiß dass game der drin ist finde ich cool ich bin ganz ehrlich ich mag sehr gerne cgi trailer wenn sie gut gemacht sind zum beispiel die wo w trailer fahre ich immer sehr darauf ab aber wenn spiele angekündigt werden und du siehst nur ein trailer dann weißt du inzwischen ziemlich wenig vom spiel es sollte irgendwie den inhalt wirklich einigermaßen wiedergeben und das was man tatsächlich auch sieht meiner meinung nach also wenn als irgendwie das bei spielen dann irgendwie alles so cgi was man niemals im spiel sieht ist das ein bisschen blöd also da sollte schon auch spiele grafik zu sehen sein weil ansonsten hat man nicht die werbung fürs produkt ein trailer darf auf jeden fall nicht das komplette innenleben eines films wieder geben was kotzt mich an meistens siehst du ja schon fast kurz am ende das sind meistens die schlechteren filme was ich am allergeilsten finde ist wenn trailer mit in game grafik gemacht werden so wie man bei spiel heute auch hat das trailer manchmal schlechter aussehen als in game sequenzen die einfach noch im gameplay mit drin sind und sowas mag ich eigentlich am selbst wenn du halt wirklich von der engine du siehst direkt wieder spiel aussieht du siehst direkt wie die charakter alles wenn man wirklich gameplay sieht das mag ich ganz gern also wenn wir jetzt speziell von games trailern reden dann sollte es schon fertige in game grafik grafik sein weil mich nervt nicht tierischer als wenn dann irgendwie das endprodukt nicht so aussieht wie im trailer es gibt der cineastische bombastische riesen trailer von riesen games und dann zockst du die game und ist eine absolute luftpumpe ich bin total auf den sack naja früher war das so also ganz früher so 90er richtung oder auch noch anfang der 2000er daten häufig die trailer überhaupt nix so gar nix mit dem spiel zu tun heute ist das so da steht häufiger mal in game footage was auch nicht immer stimmt na gut wenn die cutscene im spiel vorkommt dann kannst du sie auch in game footage na also da wird auch schon ein bisschen gemogelt manchmal und naja gut also wenn wenn es jetzt auch so ein bisschen so aussieht wie das was dort cgi gezeigt wird oder so ich finde bei death stranding haben sie da ziemlich geil gemacht die haben unheimlich viel cgi zeug im spiel und da ist es natürlich schon irgendwie der übergang ziemlich seicht das heißt man erkennt das nicht mehr was ist was das ist einfach geil das heißt also das was die auch als cgi zeigen als trailer zeigen das auch genauso im spiel das ist faszinierend wie die das macht so ja also ich sehe experten sehen da bestimmt mehr als ich aber naja also ich finde das schon ziemlich beeindruckend das ist sehr gut so ja da ist der übergang einfach fließend sagen wir es mal so so kann man es glaube ich formulieren ohne da irgendwie jetzt unkorrektes von sich zu geben aber das ist nicht immer unbedingt so ich finde das extremste gegen beispiel ja sind die leute die diese handy spiele machen wo du dann irgendwie irgendwie auf facebook so ein trailer vorgespielt bekommst der überhaupt gar nicht das spiel ist was du da dir runterladen sollst ja aber da wird gameplay gezeigt wie du zum beispiel irgendwelche irgendwelche stangen aus irgendwelchen gängen raus ziehst um irgendwie die lava loszulösen oder das gold runterfallen zu lassen den hält irgendwie frei zu lassen und dann hast du dann das monster dahinter und so das hat aber gar nichts mit den spielen zu tun mittlerweile gibt es die sogar auch zu kaufen jetzt mit den schien weil die so beliebt sind vermutlich also man will ja das spielen und nicht das andere das ist bemerkenswert dass der springende punkt an der geschichte ist das funktioniert oft das funktioniert oft so gut dass die leute dann trotzdem dann auf dem spiel was eigentlich bewerben wollen was aber nicht zu sehen ist hängen bleiben ja und dann trotzdem unwahrscheinlich viele downloads generieren ja ja genau diese diskrepanz zwischen jeder wünscht sich gameplay vom spiel damit er weiß was er da kriegt wenn er also ein in game trailer ja ja der meistens relativ spät erst überhaupt produziert werden kann weil es im frühen stadium ja das spiel noch gar nicht so weit ist dass man das jetzt irgendwie als trailer raushauen kann aber jeder wünscht sich das und zu sagen da sehe ich genau das was ich bekomme und der cgi trailer ja ist gar nicht so wichtig die realität allerdings ist häufig so dass wenn man keinen cgi trailer anbietet dass man dann auch diesen großen hype sehr schwer nur erzeugen kann woran ich das denn muss der cgi trailer tatsächlich eins zu eins das abbilden was im spiel zu sehen ist nein muss er nicht warum nicht weil ich möchte dem spieler erst mal ein gefühl vermitteln ich möchte ihn neugierig machen ja und ich möchte ihnen zeigen pass auf das ist das gefühl was würde geben wollen das ist die geschichte die wir dir erzählen wollen das ist der typ der coole typ den du spielen wirst das ist irgendwie die bedrohung die spannend inszeniert ist der welt irgendwie vielleicht ein gedankenexperiment oder so wir hatten das stranding erwähnt die haben mit ihrem trailer tausend fragen aufgeworben worum geht es überhaupt in dem ganzen wirrwarr von zeugs was da zu sehen ist aber sieht super interessant aus super tolle schauspieler und so weiter ja also man hat man ist neugierig geworden ja die haben also nur anhand von cgi-trailern einen riesen hype erzeugt ja und das ist schon das worum es geht so will man in diese welt eintauchen darum geht es da ist erst mal das gameplay zweitrangig in erster linie wenn das dann heißt auch schade die geschichte hätte ich gerne gespielt aber das ist leider nur ein genre was ich nicht spiele ja also wenn ich rollenspieler bin dann kriege ich ein rts und bin enttäuscht wenn ich ein rts spieler bin kriege ich ein rollenspieler und bin vielleicht enttäuscht oder sowas ja also nur als fiktives beispiel aber dass das darum geht es gar nicht es geht halt darum also man dort sollte schon ein bisschen andeuten worum es da überhaupt geht ob setzen shooter ist oder nicht bei der stranding gab es überhaupt nichts glaube ich oder man hat gesehen wie irgendein typ mit kisten auf dem rücken irgendwo in berg hoch gekraxelt ist glaube ich so ja ganz kurz aber da aber dass das war so eine kurze szene die eigentlich dass das gesamte ding irgendwie nur so ein bisschen angedeutet hat worum es da eigentlich geht man wusste es nicht so vor allen dingen um diese diese welt um die bedrohung um die welt und das feeling ja um verschiedene geheimnisse die da schon mal vorab verraten wurden die auch tatsächlich später im spiel stattfinden aber mit dem gameplay nichts zu tun haben ja und das ist halt diese sache das heißt wenn der cgi trailer überhaupt nichts mehr mit spiel zu tun hat dann fühlt man sich verarscht ja aber wenn du zum beispiel einen teil aspekt im cgi dem spieler anbietest irgendwie dann kann er zum beispiel sehr gut einen gameplay trailer ergänzen ja das heißt du lockst erstmal den spieler mit einem cgi trailer überhaupt auf die idee sich mit dem ding auseinanderzusetzen und zeigst dem später was er dafür kriegt das halte ich zum beispiel für eine gangbare und schöne methode zu sagen ich sehe beides bevor ich mich für das spiel entscheide oder nicht und weiß ob das ein gefühl in mir weckt irgendwie wo ich bock drauf habe oder nicht und trailer können ja auch mit verschiedenen mitteln diese sachen beim spieler ansprechen deswegen hatte ich jetzt zum beispiel unterschieden zwischen unterschiedlichen arten von trailern zum beispiel der action trailer das ist etwas warum macht man das eigentlich weil man mit sehr wenig sehr schnell aufmerksamkeit generieren kann ja ein action trailer der sehr viel schnelle abfolgen von action bildern dem spieler zeigt kann man zum beispiel hervorragend auf messen zeigen weil da ist sowieso die ganze zeit trubel und laut und gedöhnt und wenn du in dem fall emotional langsamen ding da um die ecke kommst kann es sein dass du dieses gefühl nicht vermittelt bekommst aber so ein action trailer der da bleibst du kurz stehen und guckst es dir dann trotzdem an das kann zum beispiel ein grund sein warum man eine ein fehler in der art präferiert man muss hat irgendwie auf sich aufmerksam machen ja ja und wir haben mit den slager fleiß gesprochen das sind in die entwickler hier aus essen ja und die haben gesagt irgendwie wir rotzen alles raus was geht was das ding kann ja weil wir uns gar nicht leisten können irgendwas vor zu enthalten der der großen breiten masse die können sich zum beispiel nicht leisten irgendwie großartigen cgi trailer produzieren zu lassen ja da stecken sie lieber ihre kohle dann in die entsprechende entwicklung und so weiter ja trotzdem erstellen sie gameplay videos die so was wie ein game trailer funktion erfüllen das heißt also dass sie halt sachen schön aneinander schneiden und dann irgendwie so eine musik darunter machen und dann schnell abfolge und so weiter im grunde genommen produzieren die ihre eigene game trailer so ja und das ist schon cool wenn man das mit in game zeug dann auch tatsächlich machen kann trotzdem macht cgi sinn weil du halt den menschen ein gefühl vermittelt kann ich nur noch mal immer wiederholen darum geht es es geht darum auf sich aufmerksam zu machen es geht darum bei so cgi trainer die müssen nicht eins zu eins das abbilden was im spiel zu sehen ist ich bin nicht enttäuscht wenn ich dieses spiel spiele aber trotzdem dann nur sage ich jetzt mal eine eine etwas vereinfachte grafik variante davon im spiel wieder finde wenn die mir das gefühl vermitteln können wenn der antagonist jetzt weniger polygon hat als er jetzt sage ich mal im trailer zu sehen ist finde ich nicht schlimm ja aber ich bin auch nicht so der grafik fetisch ist wo ich jetzt sage irgendwie das muss unbedingt immer high end sein oder so was ich da zu sehen kriege mir ist am wichtigsten die geschichte und bei so einem ding wie der stranding hat mir dann eine geschichte erzählt irgendwie wo ich super neugierig war worum geht es in der welt wer bin ich eigentlich was genau ist ist die bedrohung das siehst du ja auch nicht ich meine es ging hier um video kutschima eine fliegende wale ist da standard so macht der thema ein warum auch immer aber es ist halt irgendwie was markantes was man sieht wo man sofort dran hängen bleibt fliegende wale so ja ach das ist bestimmt hier und so weiter und die kannst du natürlich schön dann inszenieren in so einem game trailer und erzeugt beim spieler sofort so eine art von nostalgiegefühl oder ein wiedererkennungswert oder sonst irgendwie sowas darum geht es beim game trailer und das assoziationen genau und schöner punkt irgendwie du kannst den trailer versuchen möglichst modern und neu aufzubereiten du kannst aber auch versuchen ein gefühl was wenn beim spieler vielleicht schon da ist durch nostalgie zu wecken indem du elemente nimmt zum beispiel aus dem genre aus filmen die schon mal da waren oder elemente die dich an bestimmte charaktere erinnern oder solche sachen oder bei wenn es noch einfacher hast irgendwie einen zweiten und dritten teil machst sachen aus dem ersten noch mal aufzugreifen und dann daraus zu erzählen ja und dann ist es kann das auch ein grund sein warum der spieler an dem trailer hängen bleibt und sagt hey das möchte ich gerne noch mal haben wenn einer computer spiele mag ja und ist gut fan ist ja der kam man wird der dämpchen nicht vorbei so ja das heißt die haben diese italo-western vielleicht auch ein bisschen aber die haben eigentlich zu diesem kind eastwood charme klin eastwood in seinen western da abgebildet das haben die gemacht so ja das heißt also wenn du totaler western-fan bist mit klin eastwood und so weiter dann findest du da deinen charakter john marston's genau das was was er dir verkauft und das zeigen die auch in dem game also in dem in dem cgi-trailer so den sie da produziert haben ja das zeigen die die sagen die okay pass auf du reibst jetzt nach mexiko so du bist jetzt der der lone ranger oder was auch immer ja der texaner was weiß ich diese ganzen alten filme die man kannte und so weiter die findet man darin wieder und sagt mal bohr geil und dann hat auch genau diese musik dann dazu gespielt und so weiter ja dass das ist das was du meinst mit assoziation und nostalgie so ja absolut ja ja noch so ein punkt bei trailern ist wie viel wird gesprochen ja also sobald ein text vorkommt in einem trailer oder sich sogar figuren unterhalten hast du das sprachprobleme so nenne ich es mal ja das heißt gibt es den dann nur auf englisch oder wird er dann in verschiedene sprachen übersetzt und gibt es den dann auch noch für andere und so weiter so direkt eine kette von problemen deswegen entscheiden sich viele auch ganz gerne für eine art musikvideo als trailer das heißt du hast gar keinen gesprochenen text sondern einfach einen song der zum bildmaterial passt der dort gezeigt wird und auch wieder ein gefühl auslöst beim spieler und das kann auch zum beispiel super funktionieren funktioniert auf jeden fall besser auf messen weil man da nicht versuchen muss aufzupassen irgendwie was hat er jetzt gesagt und kann aber auch zum beispiel weil er schneller die aufmerksamkeit bekommt vom spieler ein schönes mittel sein einfach so nebenbei angehört zu werden wenn man da zum beispiel jetzt bei destroy all humans haben sie das gemacht da haben zum beispiel eine bekannte band genommen rammstein in dem fall und haben einen rammstein trailer gemacht mit der musik ich will war das zu dem destroy all humans spiel und der ist super eingeschlagen wie eine bombe weil dann zum beispiel die leute beide sachen irgendwie in ihrem hirn miteinander verknüpfen und sagen was ist das denn für ein kram rammstein fans auch noch dazu gelockt werden und das auch noch spannend finden die vielleicht vorher gar nicht auf die idee gekommen werden sich dieses spiel anzugucken und weil destroy all humans fans irgendwie die von damals kam irgendwie sagen wow was machen sie denn da jetzt finden für ein kram und weil es auch noch darüber hinaus irgendwie witzig gemacht war und schon hast du so ein konglomerat an dingen die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören die man zusammen steckt und hast was neues erfunden wo die leute darauf hängen bleiben und es dann auf einmal wie irre teilen ja ja destroy all humans angucken ist echt witzig ist echt super ja gut was gibt es noch für aspekte die eigentlich wichtig sind beim games trailer eigentlich das ist alles was man natürlich auch machen kann was tatsächlich erstaunlich selten gemacht wird aber wenn man es gut macht sehr stark wirken kann ist eine sehr emotionaler trailer nur ich fand zum beispiel damals den ersten dead island trailer wo rückwärts abgespielt wurde den fand ich der hat mich echt total gepackt die musik die bild abfolge ist war irgendwie total spannend aber auch total traurig und du hast erstmal gar nicht gerafft war was war wieso und das fand ich echt toll ist aber auch wirklich schwer so eine art trailer so zu machen dass die aufmerksamkeit des spielers daran haften bleibt und der dann auch noch wirkt obwohl er vielleicht langsam erzählt wird naja der gott simulator der ziegen simulator der hat dieses video kopiert im grunde und als eigenen trailer verkauft so das heißt die fliegende von der explosion weg fliegende ziege irgendwie so also guckt euch mal an das ist total witzig und das funktioniert dann schon solche dinge finde ich schon lustig ja emotional wenn es zu lahm wird so ein bisschen verliste vielleicht auch ein paar leute so kommt immer darauf an was das für ein spiel ist wenn es ein ruhiges limbo ähnliches spiel ist kann man das bringen ja viele japanische spiele arbeiten somit mit emotionen sanfte geräusche und 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 pastellige farben vielleicht auch manchmal ist nicht leben wo limbo schwarz weiß aber so es ist halt irgendwie und und das ist schon ein bisschen schwierig spricht dann auch eine ganz ganz bestimmte art von spieler an oder menschen und da muss man sich schon sicher sein dass es dann auch das ist was man dann als käufer schicht haben möchte weil es geht ja darum wer soll denn aufmerksam werden auf dein spiel genau und emotional alleine reicht da nicht da musst du schon zumindest irgendeine art von kosmisches rätsel eine frage oder eine hafekt irgendwie mit einbauen damit der spieler irgendwie denkt wo hoch was war das denn jetzt ich denke da so an diesen trailer von jean claude van damm wo er so kennt ihr das noch auf diesen zwei lkws irgendwie steht und die gehen auseinander und er macht dann so ein spagat und die werben für die präzision dieser lkw ist und du hast dich gefragt das macht er das jetzt wirklich kurz zeit später kam er die verarsche von chuck norris irgendwie auf zwei flugzeugen total geil guckt euch das mal an fand ich großartig ja da muss man ja kann man nicht jahrelang gehirnschmalz reinstecken wie ein guter trailer aussehen könnte gut hoffentlich haben wir das thema jetzt genug beleuchtet hast du eine community frage wenn ihr fragen dazu habt an uns oder so dann könnt ihr die gerne stellen unten im kommentar okay diese frage passt eigentlich nirgendwo rein deswegen lese ich jetzt mal vor ich finde hier passt ja noch am besten kennt ihr eigentlich die epic npc mainreihe von viva la dirt league hier auf youtube ja die kennen wir ja der typ der stream sogar hat er schon mal gesehen ja der spielte sachen als der für für schneide finde ich total geil also ja gerade als rollenspieler tatsächlich ein geheimtipp den man an dieser stelle gerne weiter legen kann das sind australier die quasi auf englisch irgendwie so eine serie gemacht haben und sich verschiedene am anfang sehr viele rollenspiele genommen haben irgendwie mein liebling ist zum beispiel das brennende haus oder der fischer aber es gibt auch ganz viele andere ziemlich witzige ich habe schon einen halben tag damit verbracht nur diese folge zu gucken mittlerweile machen die auch sowas wie pubg oder fortnight verarsche guckt euch das mal an da tappt man sich 100 prozent wieder und auch als entwickler da geht es halt um abstraktionsgrad der spieler was akzeptierten spieler heutzutage ist das schwieriger geworden weil sehr viel realistischere sachen so sind und spiele die sogar auf realismus machen wie zum beispiel so ein kingdom come deliverance ja wo du tatsächlich dann die die zeit nehmen muss die entsprechenden sachen auch in echt zeit zu machen und sowas ja aber es ist so diese diese sache du hast ein skelett vor dir und du kannst es looten ja und dann ist da knochenmehl drin aber nur ein bisschen ja und wenn du das gelutet hast ist das skelett immer noch da ja und du denkst dir wieso kann ich denn jetzt nicht noch den rest von den knochen da irgendwie zermahnen ne du kriegst aber mehr als sagt kriegst du nicht so ne du kriegst wo knochenmehl aber nur ein bisschen ja ich sehe es doch noch da liegt es doch noch ich kann mir doch ich kann das jetzt ein mörder nehmen und nein nein du kriegst nur ein bisschen die milchflasche in der kuh aber du brauchst 50 stück davon ja um irgendeinen trank zu brauen brauchst knochenmehl 50 stück und da denkst du wieso kriege ich nicht mehr aus unserem klett raus abstraktionsgrad die milchflasche in der kuh ganz klar das akzeptiert der spieler das ist totaler quatsch das ist quatsch aber ist halt so und dieser mpc mann der der bringt das dann richtig schön auf den punkt für pubg gibt es das übrigens auch so eine verarsche dann irgendwie wo irgendein typ dann immer so hin und her und deswegen kann nicht getroffen werden also da gibt es super sachen ja gucken wir gerne sowas und ja klar lernt man was daraus vielleicht ein bisschen wie die spieler ticken und was denen wichtig ist und was nicht unterm strich vielleicht ein bisschen so weil es gibt sehr viel realismus fanatiker auch die sagen irgendwie das muss aber irgendwie da wäre doch schön wenn und so weiter aber da muss man immer gucken wie sehr verhunzt man dann das gameplay und das pacing wenn man den realismus dann lässt oder sondern auch andersrum also verschiedene leute sagen an der stelle muss es aber realistisch sein und aber an allen anderen stellen das ist völlig egal und dann dann weißt du ja aber aber ihr volumen produktionsrucksack es ist manchmal vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen wenn das gesamtbild stimmig ist und das spaß macht dann es gibt kein rollenspiel selbst wenn die mit gewichten kommen oder so der diese ganze scheiße die du da hinterm rucksack hast schleppt das macht keinen sinn aber man akzeptiert es halt gut hoffentlich ist damit die frage beantwortet und wir sehen uns dann hier nächste woche wenn es heißt wieder piranha becken tv genau macht's gut bis dann epic mpc man skype epic mpc man skype epic mpc man skype epic mpc man skype epic mpc man skype